Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten mit dem Haaa Rock... Ne Quatsch, Hackbart, Hackbart! Wie spiele ich eigentlich gerade? Ich könnte es auch einfach ablesen. Servus Freunde! Egal. Wörter Bauchschips! Wuuuh! Und wir spielen mit der Cleveland. Schiffe versenken, genau. Ja, Schiffe versenken. Spiel mit der Cleveland. Schiffe versenken! Mal gucken, was so los ist. Ne, aktuell ist es ganz grauenvoll. Ganz grauenvoll. So, jetzt. Wahrscheinlich eine Schlacht ohne Flugzeugträger, wenn kein Flugzeugträger da war. Oder es kommt noch einer rein, wer weiß. Meinst du? Ich weiß nicht. Also ich sehe erstmal keinen Flugzeugträger. Ich auch nicht. Du, D oder A? C. Ja, auch. Oder nach D oder A? Dann gehen wir nach D. B. B. Genau, dann fahren wir B. B. A, B, C oder D? Okay, dann D hast du gesagt. Dann fahren wir zu D. D. An die kleinen Inseln? Boah, das dauert das schnell. Ja, beim ersten Spiel immer, ne? So, jetzt geht das los hier. Oder? Ne? Nicht? Entscheid dich! Ne, wir sind auch die letzten drei jetzt. Also die letzten drei sind jetzt gerade am Laden. Das findest du richtig. Wir sind schon wieder das Letzte, ey. Boah, wir fahren noch acht damit. Jetzt sind wir die letzten zwei. Türpitz! Ne, jetzt ist noch einer drüben. Und ich bin jetzt der Letzte. Ja, super. Das Letzte. Wir haben drüben eine North Carolina mit dabei. Colorado, New Mexico, Fusos. Wir haben auf unserer Seite eine Türpitz. Colorado. Drück doch mal alle Knöpfe. Das war ein großartiges Gefecht. Ich hasse, seitdem sie, äh, seitdem sie dieses scheiß Feature eingesetzt haben, ne? Ist so belastend, echt. Oh mein Gott, die Fuso rammt mich gleich. Wo wollen die denn auf einmal alle hin? Die Cleveland dreht um. Ich muss kurz warten, bis die Fuso sich so ein bisschen an mir vorbeigeschippert ist. Man konnte doch auch irgendwie die Geschütze feststellen oder so, dass sie sich nicht mehr weiter bewegen. Ja, das habe ich, äh, SCRG und X, glaube ich. Oder CTR und X. Waffnung ausgerichtet auf Kurs. Okay, Shift-X. Ausgerichtet auf Sektor. Ah, okay. Und Alt-X? Kein Ziel entdeckt. Okay, alles klar. Ich habe was. Ja, ich bin gerade dabei, in den Bereich C zu fahren. Ähm, warum kann ich kein Gas mehr geben? Ich habe hier irgendwelche Tasten gedrückt, der Schöne. Ah, ja. Das kommt davon, wenn man immer irgendwas drückt. Ja, genau. Verwaffnung ausgerichtet auf Kurs. Genau, dann richtet der sich nach vorne aus und dann muss das halt nochmal drücken. Dann hebt er das auf. Okay, ich bin auch dafür, dass wir zu D fahren. In der Section, ne? Warum nehmen die auf einmal drei Flangen, ey? Was ist denn hier nicht in Ordnung, ey? Da drüben ist schon mal... Hey! Guck mal raus, was deine Wetterarsch... Da drüben ist schon mal was. Erstmal rüber, vorher mal gucken, was da so los ist in... Kalt, gut da. Ich verreck doch wieder. Ich sehe das, dass das schon wieder gleich kommt, ey. Ja, wahrscheinlich, wenn du um die Ecke kommst, bist du gleich wieder der Erste, der weit drauf geht. Richtig. So wird's laufen. Kale, kale, kutakutai, oh ja. Da erinnerst du mich an, was ist aber auch schon ewig alt. Aber von wem war das? Na, das muss ich nachher mal googeln. Goggle ist dein bester Freund. Was? Und also... Ich frag mich ja mal, was die Leute machen, wenn sie sich noch nebenbei im Chat unterhalten. Wer ist denn da bei D drinnen? Eine Cleveland? Nee, das glaube ich nicht. Kale, kale, kutakutai, oh, eh, oh, ah. Ich komme jetzt gleich von rechts sozusagen angeschippert. Ah, eine Atago. Eine Colorado fährt da auch? Eine Cleveland? Die Colorado ist, ja, doof. War nicht zu ändern. Kann man machen, muss man aber nicht. Der Atago fährt aber weg. Ja, niemand will da jetzt so richtig ins Gefecht, habe ich so ein Gefühl. Na, du sagst es. Eigentlich auch nicht so richtig. Aber wer ist denn noch bei D drinnen? Sind die alle bei D drinnen? Da ist doch keiner drinnen, da muss doch ein Zerstörer irgendwo sein. Eisberg voraus. Oh, was kommt denn da? Oh ja, tatsächlich Eisberg voraus. Oh, oh, oh. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen abbremsen, sonst schaffe ich die Kurve hier nicht. Oh, ich werde beschossen. Oh, ich werde richtig beschossen. Guck mal, geradeaus. Jetzt, Achtung. Alter, ich fahr hinter dir. Guck mal, guck mal. Oh mein Gott. Ist das alles Cleveland-Feuer? Yeah. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall. Alter. Warum denn immer ich? Auf jeden Fall wollte es dich hart natzen. Nehmt euch mal ein Zimmer, ey. Boah. Guck mal, was da noch kommt in New Mexico. Oh, oh, nicht gut. Ich bin fast da und ich muss hier weg. Alter, was hat denn New Mexico mit dir gemacht? Mit einem Schlag und tschüss. Alter, Alter. Mit einem Schlag. Cheater. Der hat dir, glaube ich, zweimal Zitadellentreffer gegeben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist ja... Ein Highlight. Ich mach mich da mal vom Staub. Hehehe, aber nicht ohne den nochmal vorher zu treffen. Alter. Hey, ist ja gut. Ich weiß jetzt, dass ihr mich nicht mögt. Hehehe, nochmal die Kliefelin getroffen. Hehehe. Oh. So. Gib alles. Ja, ich versteck mich jetzt. Wie immer. Mhm. Ja. Jetzt wissen wir es eigentlich. Grunchko versteckt sich immer. Ja, er sagt es ja immer. Deswegen denke ich mir. Ach ja, okay. Kann ich ja mal meinen Namen nochmal hier mit reinbringen. Da ist ein Zerstörer. Den will ich natzen. Das wäre zumindest ein Wunschtraum. Okay, den brauche ich nicht mehr natzen. Da ist noch eine Cleveland. Hö, 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 hö. Tschüss. Sorry, Freunde. Ja, sondern ihr macht mir irgendwie keinen Spaß. Jetzt ist da noch ein Zerstörer rausgekommen. Oh, Brand gesteckt sogar. Na, immerhin. Ich habe mich die Cleveland ein bisschen geärgert. Ich wollte jetzt auch nicht wieder wegsehen. Freunde, was ist denn hier los? Was haben wir denn hier für ein Schlachtschiff eigentlich? Die Tifels. Okay, die ist erstmal... Die hat erstmal Probleme. Alles klar. Verstehe ich. Nicht. Wie kann denn die Turpets da jetzt so viel kassiert haben eigentlich? Der muss ja von der Colorado richtig genutzt worden sein. Ich werde jetzt auch nicht bei D reinfahren, weil ich Angst habe. Dass wenn ich bei D reinfahre... Ich bin dabei. Der will wir einfach mal verlieren. Ja, das ist hart. Boah, wie die Dinger fliegen. Oh, das ist ein Berg. Oh, nee, doch nicht. Alles klar. Wie die Dinger einfach mal fliegen und eine Reichweite entwickeln. Nee, nee, nee. Schlachtschiff. So nicht. Nö, nö, habe ich gesagt. So nicht. Brenne. Warum brennst du? Da haben wir keine Chance, wenn die da nicht durchkommen. Was macht eigentlich der Zerstörer zwischen C und B? Der freut sich des Lebens und fährt hin und her. Ja, ich weiß, dass the enemy about to win is, ey. Nervt mich doch jetzt nicht. Und dumm, 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 dumm. Everybody, hip, hip. Das war doch gerade die Colorado, oder? Mh, das stimmt. Die hat mir erstmal einen Turm kaputt gemacht. Na, sowas. Kann ich echt nicht gut leihen, so eine Scheiße. Vor allem auch einen meiner hinteren. Den hätte ich jetzt auch. Und man hat uns ja auch so... Was macht denn eigentlich unser... Na, komm, ich frag einfach nicht. Äh, ich kann jetzt nicht genau festlegen, was du möchtest. Unser Kreuzer da oben. Benzern? Benzern? Benzern ist aber ein Zerstörer. Ach, verdammt. Ich werde mir sowas nicht erinnern. Mit der Zerstörung. Ich muss mir das mal merken. Torpedos kaputt. Zerstören. Genau. Torpedos machen Booms und Aua. Oh, shit. Berg. Cleveland. Und... Bumm. Na komm, jetzt hier langschippern. Komm. Hängen geblieben, würde ich sagen. Oh! Na, gerade so. Ich hab einen zerstört. Mach nicht sowas. Ich glaub, das war jetzt der zweite, den wir kaputt gekriegt haben. Ja. Was ist hier eigentlich los? Bumm, den kriegst du auch noch futsch. Ja, was kriegen die anderen futsch? Ja, was kriegen die anderen futsch? Oh, shit. Na gut, Runde verloren, würde ich sagen. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine glanzklare Sache hier. Schade, ich dachte, ich krieg noch den... Da müssen sich ja auch immer alle unsere kleinen Zerstörer woanders hinpacken. Also, wenn ich mir das so auf dem Map angucke. Äh, Leute. Warum? Ja, vor allem total ineffektiv irgendwie. Vor allem fährt er dann da durch die Meerenge durch. Und nimmt dann irgendwie nicht B ein, wo jetzt keiner ist, wo wenigstens Punkte kriegen würden. Ja. Hm. Ich kann jetzt hier auch irgendwie nichts gerade angreifen, weil nichts auf dem Weg liegt. Jetzt muss ich mir die North Carolina hier mal vornehmen. Ach, brauchst du nicht mehr. Das ist das einzige, was ich tun kann. Braust du nicht mehr, Freundchen, brauchst du nicht mehr. Ich möchte noch wenigstens irgendwas mal treffen. Ja, getroffen und irgendwas kaputt gemacht, aber mehr auch nicht. Oh, shit. Guck mal, da ist so ein kleiner Zerstörer. So. Na gut, hat sich erledigt. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein gerade noch. Ja, äh, zu kurz für eine Runde, zu lang für zwei Runden irgendwie. Bei 13 Minuten 40. Ja, dann wird es einfach eine kurze. Machen wir einfach eine Folge jetzt aus der und dann ist das halt so mal. Genau. Dann müssen wir halt mal durch. Bei den nächsten gibt es dann wieder mehr. Vielen Dank fürs Zusehen bei dieser grandiosen Leistung. Ja. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.